So hallo Leute, heute gibt es eine neue Runde GTA Online, und zwar Rockets vs. Insurgent 4 gegen 4. Es kann jetzt sein, dass wir, wenn wir im Rocket sind, also RPG, dass wir da vielleicht Pistolen haben, aber jetzt gerade ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob das durch einen Bug ist oder ob das so eingestellt ist, ich weiß nicht genau. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir gewinnen oder nicht. Mit 4 Wins hat man komplett gewonnen. Woher soll ich jetzt? Ja, weiter. So. Ja, jetzt fahren die da oben wieder los. Oh, ich habe einen erwischt. Ja. LoL. Nice. Ich habe schon 2 Kills. Hä, die Gegner sind 5, was? Aber ich weiß. Ah, okay, die X hat 80 Protos ist jetzt schon down. Halt. Was ist denn das? Ich habe einen Mann, meine Hadschäden. Als ob der jetzt aufgerüstet wird. Äh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, die haben jetzt verstoßen. Einer ist runtergefallen, zwei sind runtergefallen. Ah, scheiße. Ach, was mache ich hier jetzt? Oh Gott. Als ob er das überlebt hat. Komm, jetzt muss er aber... Ach, komm. Ok. Oh, das heißt 2-0. Mit 4-1 gewinnen, Mann. Ok, wir haben einen APG-S. Ok. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Ah. und Ich krieg ihn nicht. Oh, mein Ultimator nicht. Ey, wieso krieg ich den nicht? Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Warum Verlierer? Wir waren zwei gegen einen. Aber okay. Es ist so dumm, dass ich so viel morgens. Jetzt haben wir eine Pistole. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.